Herzog selbst hat gesagt, es stellt sich die Frage, ob man die Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch uneingeschränkt als parlamentarische Demokratie bezeichnen kann. Meine Damen und Herren, offensichtlich kann man das nicht. Und ich bringe Ihnen noch andere Neuigkeiten aus Brüssel. Glauben Sie nicht jenen, die Ihnen weismachen möchten, nur weil es ein europäisches Parlament gibt, sei dieses Projekt demokratisch. Es ist nicht demokratisch. Die einzigen, die das Recht haben, Gesetze vorzuschlagen, sind die von niemand gewählten Bürokraten der Europäischen Kommission. Sie sind diejenigen, die unsere Gesetze gestalten. Alles, was wir im Parlament tun können, ist, das Ganze ein wenig zu verzögern. Ich werde oft gefragt, Nigel, was ist zu tun? Natürlich ist es das Vernünftigste und Logischste, die Europäische Union von innen heraus zu reformieren und für eine Demokratisierung der EU zu kämpfen. Die Menschen sagen das und sie meinen es aufrichtig. Aber schon in dieser Aussage kommt eine grundlegende Fehlvorstellung darüber zum Ausdruck, worum es bei diesem Projekt von Anfang an gegangen ist. Jean Monnet, der Urheber von alledem war, hasste die Demokratie. Denn in einer Demokratie wird eine Regierung für vier oder fünf Jahre gewählt und steuert dann in diese oder jene Richtung. Falls sie dann aber bei der nächsten Wahl eine Regierung anderer Couleur bekommen, dreht diese ab in eine andere Richtung. Das gefällt Menschen wie Jean Monnet nicht. Das gefällt diesen großartigen Menschen nicht, die besser als wir selbst wissen, wie wir unser Leben zu führen haben. Nein, diese Menschen haben Pläne für die nächsten 10, 20, 50 Jahre. Sie haben die Zukunft für uns geplant und können es nicht gebrauchen, dass ihnen so etwas Unbequemes wie Demokratie in die Quere kommt. Das war ne heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem Blumen, aber da es blüht und schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem, ein schlöder, scharfer Winterwind durchbrustelt uns, trotz alledem. Ja, moin YouTube. Die Nacht war echt zu kurz. Also, und ist jetzt halb zehn ungefähr. Und mich scheint ein bisschen das Demo für ihr gepackt zu haben. Ja, ich habe die Nacht nicht so toll geschlafen. Nicht, weil ich mir großartig Sorgen machen will oder sowas, sondern eher einfach Vorfreude. Weil heute startet ja in Düsseldorf die eine von den beiden Doppeldemos mit europäischem Zuschlag, sagen wir es mal so. Ja, hier in Düsseldorf haben sich ja neben Philgood auch viele Dampfer aus den Niederlanden mit angesagt. Was ich übrigens echt Spitzenklasse finde. Und in Berlin, wo es ja zeitgleich losgehen wird, sind auch viele Dampfer aus Polen und sowas mit dabei. Und, ja, das verspricht auch wirklich klasse zu werden. Wetter sieht im Augenblick etwas gräulich aus, aber bis auf ein paar kurze Schauer ist ja nichts weiter angesagt an Regen. Eigentlich aller, allerbeste Voraussetzung für eine richtig geile Demo, auf die ich mich so nicht freue. Und, ja, alle Dampfen sind geladen. Kann losgehen eigentlich, ne? Also, man sieht sich. Wir leben im Grenzland, an der Grenze zur Vernunft. An der Grenze, was ein kleiner Mann ertragen kann. Warum soll ich nicht elektrisch dampfen, wo hier jeder rauchen kann? Was schädlicher ist, das weiß wohl jeder, der selber denken kann. Wir leben im Grenzland, an der Grenze zur Vernunft. An der Grenze, was ein kleiner Mann ertragen kann. Wir leben im Grenzland, an der Grenze zur Vernunft. An der Grenze, was ein kleiner Mann ertragen kann. Die Bevölkerung wird irritiert, die Händler schikaniert. Dabei liegt es ja wohl auf der Hand, was gerade hier passiert. Wir leben im Grenzland, an der Grenze zur Vernunft. An der Grenze, was ein kleiner Mann ertragen kann. Wir leben im Grenzland, an der Grenze zur Vernunft. An der Grenze, was ein kleiner Mann ertragen kann. Dem Staat, dem fehlt die Tabaksteuer, der Tabaklobin, der Profit. Die Gesundheit wird als Vorwand benutzt. Blind, wer das nicht sieht. Wir leben im Grenzland, an der Grenze zur Vernunft. An der Grenze, was ein kleiner Mann ertragen kann. Wir leben im Grenzland, an der Grenze zur Vernunft. An der Grenze, was ein kleiner Mann ertragen kann. Einigkeit und Recht und Freiheit ist wohl nicht für jeden gleich. Ich denk an Orwell's Animal Farm. Wie war das denn noch gleich? An der Grenze, was ein kleiner Mann ertragen kann. Wir leben im Grenzland, Grenz, an der Grenze zur Vernunft, an der Grenze, was ein kleiner Mann ertragen kann. Wir leben im Grenzland, Grenz, an der Grenze zur Vernunft, an der Grenze, was ein kleiner Mann ertragen kann. Vielen Dank nochmal, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr alle Mut zur Wut habt, an alle hier in Düsseldorf, die nicht wissen, was wir hier machen. Uns geht es darum, wir sind Dampfer und demonstrieren dafür, dass wir weiter dampfen dürfen. Es ist weniger schädlich als Zigaretten, sehen wir auf jeden Fall so, macht euch schlau darüber. Wir haben alle Mut zur Wut, ich finde es geil, dass ihr alle gekommen seid hier in Düsseldorf. Auch nochmal danke, dass ihr meinen Song so gefeiert habt. Ziemlich geil, dass hier so viele Kameras sind, also ich freue mich auf jeden Fall, zu wenig Fotos gibt es nicht. Der Mann mit der roten Mütze da hinten, äh, 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 vielleicht kommen wir einfach mal einmal alle zusammen. Mut zur Wut! 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 Zicke zacke, zicke zacke! Hey, hey, hey! Gut, und auch nochmal hier, ne? Vielen Dank an unseren Kollegen hier, dass ich so eingesetzt habe. Gebt ihr mal einen kleinen Applaus. Hey! Ja. Dankeschön, dankeschön. Hat doch viel. In diesem Sinne, ich hoffe, wir kommen durch mit unserem Anliegen und dass unsere Stimmen erhört werden und nicht einfach wieder klein geredet werden, so klein wie ich bin. Die EU möchte das E-Dampfen wegregulieren und es so faktisch verbieten. Ich sage, es ist genug. Es reicht jetzt. Wir haben den Mut zur Wut. Erklär es ihnen, Jay. Mach mal Text klar. Jayden Lyrics, tell them. In diesem Track geht es um Freiheit. Ich will selber die Entscheidung treffen. Was ich aus meinem Leben mache und darum muss ich heute sprechen. Ich habe Mut zur Wut und das ist einen guten Grund. Ich konsumierte zu viel Teer und das war nicht gesund. Ich habe zu lange geraucht und kam nicht weg von dem Scheiß. War so süchtig nach Kippen, so wie nach Rap und dem Mic. Wollte aufhören, weil die Kippe einfach kiffte. So kam ich zu der Isik. Hier wird meine Liquids vergessen. Ich habe es gesagt, die Lobby will mich leiden sehen. Nehmen mir mein Liquid, um an Tabaksteuer einzunehmen. Das Tabak tödlich ist es scheinbar, ja egal, solange ich zahle. Ich brauche das Nikotin, habe daher keine Wahl. Würde wieder rauchen, wenn man mir alle meine Liquids nimmt. Und das ist nicht plausibel, einfach weil der Schiff nicht stimmt. Den ihr verbreitet, denn ich dampfe aus Passion. Doch dieser Mut zur Wut vereint die Nation, yeah. Mut zur Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin. Weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zur Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich Recht hab. Meine Stimme ist nix wert, Zweifel am Rechtsstaat. Mut zur Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin. Weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zur Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich mein Leben lieb. Ihr wollt mir mein Liquid nehmen? Nein Mann, negativ. Isiks sind gefährlich, weil die Akkus explodieren. Ach so, und das ist bei nem Handy natürlich noch nie passiert. Schon doch in den Liquids, da ist böses Likotin. Im Ernst, das sagst du mir, während du an der Kippe ziehst. In deiner Kippe ist auch der, doch dafür nicht in meinem Liquid. Darum dampfe ich statt zu rauchen, weil da drin nicht so viel Gift ist und ich dampfe gern. Ich hab auch früher gern geraucht. Nimm jedes Vorurteil, doch hin, doch geh nicht gerne dabei drauf. Und ich hab Wut in meinem Bauch, wenn man mir nimmt, was mir beim Ausschick hilft. Der Grund fürs Dampf ist nicht nur der, weil ich nicht mehr rauchen will. Dampfen ist mein Hobby, ich mische und ich lieb es. Dass meine Bude nach dem Dampfen nicht mehr so vermieft ist. Dass Dampfen voll gesund ist, Mann, das will ich gar nicht sagen. Doch verglichen mit ner Kippe kann die Isik mir nicht schaden. Ich hab Nikotin im Liquid, das auch in deinem Kippen. Was noch in deinem Kippen ist, das willst du gar nicht wissen. Mut zu Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin. Weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zu Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich Recht hab. Meine Stimme ist nix wert, Zweifel am Rechtsstaat. Mut zu Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin. Weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zu Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich mein Leben lieb. Hier wollt mir mein Liquid nehmen, nein, mach ein Negativ. Ich bin tolerant, verdammt. Denn ich gönn jedem seine Sucht. Doch tolerier ich nicht, wenn man bewusst die Leute täuschen muss. Und hier mein Dasein infiziert. Ich bin hier nicht der Paradiet. Mit diesem Dasein, das ihr fühlt. Da kommt ihr nicht ins Paradies. Mut zu Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin. Weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zu Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich Recht hab. Meine Stimme ist nix wert, Zweifel am Rechtsstaat. Mut zu Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich sauer bin. Weil ich seit der Isik einfach stolz an ich Raucher bin. Mut zu Wut. Ich mach jetzt Dampf, weil ich mein Leben lieb. Hier wollt mir mein Liquid nehmen, nein, Mann, Negativ. Genau so sieht's aus, Jay. Uns bleibt die Wut und der Zorn. Wut und Zorn über diese Politiker, die nur aus Macht und Geldinteressen handeln und nicht an unsere Gesundheit denken. Der Staat hat kein Recht, dermassen einschneidend in unsere Rechte einzugreifen. Der Staat hat kein Recht, dermassen einschneidend in unsere Freiheit einzugreifen. Und der Staat hat kein Recht, dermassen einschneidend in unsere Gesundheit einzugreifen. Wir sind Erwachsene, mündige Bürger und wir wollen selber über unsere Gesundheit entscheiden. Wir haben den Mut zur Wut. Mut zu Wut. Menschen dürfen in ihrer Freiheit, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung von niemandem beraubt werden. Auch nicht vom Staat und schon gar nicht von der EU. Bleibt doch nur noch eine Möglichkeit, zu der die Dampfer eingeordnet wird. Sie ist ein Genussmittel. Schokolade und Kaffee auch. Eis, Tee. Aber auch die werden nicht verboten. Sind Genussmittel. Jeder kann sie kaufen. Das europäische Volkserziehungsprogramm entwickelt mit einer blöden Fantasie, wie man die individuellen Eigenverantwortung der Menschen beschränkt. Erst konnte ich die Vorlache nicht halten. Doch dann merkte ich, denen war voller Herz damit. Die Dampfe soll in die Apotheke. Bin ich krank? In Tabakgeschäften und Lottoläden wird unter Genussmitteln nur gegen Vorlage eines Personalausweises verkauft. Und so soll das auch bleiben! Ich hab lang geraucht und ganz schön viel. Mit 15 mag cool sein wohl mein Ziel. Doch es wurde immer mehr. Nur noch Sucht und Frust. Nur noch Husten und Zahlen. Wir lassen uns das Dampfen nicht verbieten. Kein Genuss. Ihr könnt das Dampfen nicht verbieten, bevor ihr nichts bewiesen habt. Ihr habt Angst um eure Tabaksteuer. So ist Vaterstaat. Mut zur Wut. Wir lassen uns das Dampfen nicht verbieten. Mut zur Wut. Mut zur Wut. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Mut zur Wut. Wir lassen uns das Dampfen nicht verbieten. Mut zur Wut. Mut zur Wut. Wir lassen uns das Dampfen nicht verbieten. Mut zur Wut. Wir lassen uns das Dampfen nicht verbieten. Mut zur Wut. Wir lassen uns das Dampfen nicht verbieten. Mut zur Wut. Wir lassen uns das Dampfen nicht verbieten. Mut zur Wut. Mut zur Wut. Wir lassen uns das Dampfen nicht verbieten. Mut zur Wut. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Mut zur Wut. Wir lassen uns das Dampfen nicht verbieten. Mut zur Wut. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Mut zur Wut. Mein Name ist Viergold und ich grüße euch. Wir sollten heute nicht hier sein. Guckt euch an. Guckt uns an. Wir sind keine Demonstranten. Wir sollten zu Hause sein. Mit unserer Familie und unseren Freunden im Garten sitzen. Wir sollten nicht hier in Düsseldorf auf die Straße gehen müssen. Wir sind Lehrer und wir sind Autolockierer. Wir sind Handwerker und wir sind Akademiker. Wir sind Eltern, Mütter und Väter. Wir sind rechtschaffene Bürger. Wir zahlen unsere Steuern. Wir kümmern uns um die Nachbarn. Wir gehen abstimmen. Wir gehen wählen. Wir haben uns um unser Land gekümmert. Wir sollten heute nicht hier sein müssen. Wir sind keine Demonstranten. Doch sind wir hier, weil der Staat keine andere Möglichkeit mehr lässt. Der Staat bringt uns dazu, uns auf die Straße zu gehen. Weil wir kein rechtsstaatliches, kein demokratisches Mittel mehr haben, um uns in dieser Willkür aus Brüssel zu wehren. Es ist jetzt genug. Und es reicht. Wir haben den Mut zur Wut. Frau Linda McEvans, Herr Karl-Heinz Florens, Frau Potschke Langer, Frau Ministerin Steffens, lassen Sie uns in Ruhe. Lassen Sie uns in Ruhe unser Leben leben. Frau Ministerin Steffens, Sie sind nicht meine Mutter. Also lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Wir alle haben 15, 20, 25, 30 Jahre lang geraucht. Alle von uns. Wir haben mit den teuren Produkten der Pharmaindustrie versucht aufzuhören. Wir haben es nicht geschafft. Erst mit der elektrischen Zigarette hatten wir diese Möglichkeit. Und wir alle wissen, wie viel, viel besser es uns gesundheitlich heute geht. Und diese neue Gesundheit, diese neue Freiheit will uns Brüssel jetzt wieder nehmen. Wir lassen uns das Dampfen nicht verbieten. Weder von Brüssel, noch von Berlin, noch von Düsseldorf. Es ist genug. Wir haben den Mut zur Wut. Der Staat hat kein Recht, dermaßen einschneidend in unsere Rechte einzugreifen. Der Staat hat kein Recht, dermaßen einschneidend in unsere Gesundheit einzugreifen. Und der Staat hat kein Recht, dermaßen einschneidend in unsere Freiheit einzugreifen. Wir sind rechtschaffene, ehrliche Bürger. Und wir wollen selber über unsere Gesundheit entscheiden. Wir haben den Mut zur Wut. Das war ne heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem Blumen. Aber da es blüht und schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schlöder, scharfer Winterwind durchfrostelt uns, trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts, trotz alledem. Die nimmt man sagt uns wieder ab, samt Kraut und Blut und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Parlament und alledem. Wir werden unsere Freiheit los, wirft Rat und Wild, trotz alledem. Und wenn der Reichstag sich blamiert, Professor Haft, trotz alledem. Und wenn der Teufel reagiert, mit Huf und Horn und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Dummheit, List und alledem. Wir wissen doch, die Menschlichkeit behält den Sieg, trotz alledem. Doch sind wir frisch und wohl der Mut und sagen nicht, trotz alledem. In tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich, trotz alledem. Geschüttelte und sein Gas gewinnt, doch weiter nichts, trotz alledem. Mein Name ist Andreas Rohde, ich bin von den NRW-Piraten hier der Bundestagskandidat. Und ich freue mich, dass ich heute auch ein paar Worte sagen darf. Und ich bin wütend. Wer ist hier noch wütend? Kann ich nicht hören? Na also. Ende 2011 wurde ziemlich klar, dass sich unsere NRW-Gesundheitsministerin hier aufmacht auf einen Feldzug gegen die E-Zigarette. Was man aber in der Zeit dann tatsächlich jeden Tag erleben durfte, war eine Head-Kampagne und übelste Fehlinformationen in der Zeitung. Und zwar jeden scheiß einzelnen Tag. Aber was auch da schon Fakt ist, das ist, dass diese zusammenkonstruierten und erlobten Argumente aus dem NRW-Gesundheitsministerium nicht eine Minute haltbar waren. Ja! Das DKFZ, das war früher mal eine gesundheitlich anerkannte Bewertungsinstanz in Deutschland. Unter Martina Püschgelange ist das aber zum kompromisslosen Raucheranzverein geworden. Und dem ist es völlig zeitig, weil die einfach alles erleben, was auch nur irgendwie aussieht oder eine Namensähmlichkeit zum Zigarette hat. Jedes rechten Demokraten müssen die Haare zu Berge stehen, wenn man sich bei die offen nachließbaren Pläne des DKFZ anschaut, was die dort zur Tabakkontrolle und Zigaretten und auch E-Zigaretten meinen. Totalitär halte ich doch für eine freundliche Bezeichnung. Ich muss sagen, von bisher ist er auch nicht mehr, wenn ich da als erstes mal vor die Füße kotzen soll. Ja! 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 Hier werden schon, ich habe die gute Frau Steffen zu richtig hief geworden in den letzten drei Jahren. Ja! Damit nicht genug, der Gängelung. Nachdem sich das den NRW beruhigt hatte, kam der Auftritt der Eurokraten. Das brauche ich hier jetzt nicht wieder auszufüllen, wir haben das gerade eben schon gehört, in Brüssel wurde ich kurz wieder auf den Weg gebracht, dass die E-Cigarette zukünftig ein Arzneiprodukt zu sein hat. Was damit geheilt werden soll, man weiß es nicht. Nur zu gerne will die Pharmaindustrie die Dampfe exklusiv in die Hände bekommen, um sie als überteuerte Apothekenware zum Goldesel zu machen. Und leider scheint es auch in Brüssel keine aufrechte Interessenvertretung mehr für Verbraucher zu geben. Das macht mich wütend und darum bin ich hier. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich und dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Madna Gandhi Wir Dampfer sind freidenkende Menschen. Wir haben es satt, uns von der EU bevormunden zu lassen. Und dass uns dauernd gesagt wird, dass die Dampfe gefährlich sein soll. Wollen wir das? Nein! Wir Dampfer müssen zusammenhalten. Nicht nur im Austausch von, wo gibt es das beste Liquid und wer hat die beste Wicklung. Nein, wir Dampfer müssen uns wehren gegen die Ausgrenzung in der Gesellschaft. Die Gutachten über das Dampfen müssen öffentlich präsentiert werden und dürfen in keiner Schublade mehr verschwinden. Wir lassen uns nicht in die Apotheke verbannen. Wir lassen uns nicht aus der Öffentlichkeit verbannen. Wir sind erwachsene, mündige Bürger und lassen uns diese Bevormundung nicht länger befallen. Danke. Ja, hallo zusammen. Heute ist Sonntagabend. Entschuldigt, dass ich kein Video mehr direkt nach der Demo gemacht habe. War einfach schließlich nicht dann zu fertig, weil, naja, es gab ja noch die Aftershow-Party in Anführungszeichen. Sprich, einfach ein Netz zusammen sein mit anderen Dampfern und das wurde dann doch alles ein bisschen spät. Ja, ich hoffe, euch haben die Bilder von der Demo soweit gefallen. Ich habe mir mal ein bisschen Mühe gegeben, eher eine Stimmung als nur Bilder einzufangen. Ich hoffe, es ist mir halbwegs gelungen. Ja, was nehme ich von der Demo mit? Also, ich nehme ganz klar Hoffnung mit. Ich meine, es waren, Schätzungen gehen auseinander, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es mindestens 600 Leute waren in Düsseldorf. In Berlin spricht man von Zahlen von um die 250, ist auch eine gute Zahl. Vor allem für eine erste Demo. Damals in Düsseldorf vor einem Jahr waren es auch nicht mehr. Und, naja, bei über 600 Leuten um einen herum hat man das Gefühl, dass es nichts sein kann, dass so ein paar, ja, wie nennt man sowas, Apparatschiks, Eurokraten, Diktatoren, sucht euch irgendeinen Begriff aus, dass es solche Leute einem einfach die Freiheit nehmen können, wenn es wirklich so ist, dass über 600 Leute in einer Stadt für ein Hobby und ein Genussmittel auf die Straße gehen. Und dann sehe ich für diese Leute schwarz. Und tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass tief in ihrem Innersten wenigstens eine Pötschke Lange und ein K. H. Lorenz und so weiter es schon wissen, dass sie eigentlich verloren haben. Wenn man sich all den Nistinnen, die erzählen, anhört, merkt man, wie deren Argumente und Nebelkerzen, die sie so feierlich in der Öffentlichkeit zünden, immer dünner und fadenscheiniger werden, immer weniger mit Wahrheit und Realität zusammenpassen. Immer mehr Wahrheit und Nachvollziehbarkeit vermissen lassen. Die Luft wird ihnen immer dünner. Und je tiefer sie anfangen, sich in ihrem Lügengebirge einzugraben, desto tiefer sinkt das Niveau ihrer Aussagen. Und das sinkt mittlerweile so tief ab, das Niveau, dass Leute, die mich noch vor zwei Jahren gewarnt haben, dass das hier doch wohl laut irgendwelcher Leute nicht so gesund sein könnte und wer weiß. Und nicht einmal die glauben noch diese Lügen. Die vermuten auch mittlerweile, dass dahinter Tabaksteuer oder Lobbyismus oder einfach nur die Geltungssucht irgendwelcher hirnrissiger Polizamateure steht. Und diese Leute dampfen nicht. Diese Leute sind teilweise Raucher, teilweise Nichtraucher, aber sie glauben, dieser Scheiß, die da verbreitet wird, kein Wort. Und das ändert auch nichts daran, dass die Presse immer noch jeden Mist abdruckt. Jeder noch nicht ganz sauber gewischte populistische Politiker-Arsch wird nochmal abgekratzt von der blöden Zeitung, um dann damit noch irgendwelche Seiten zu füllen. Das merken die Leute mittlerweile. Auch Leute, die sich sonst gar nicht mit dieser Geschichte, mit dem Dampfen beschäftigen, merken mittlerweile, dass das, was da alles erzählt wird, gar nicht mehr sein kann. Und genau deswegen gehen den Dampfgegnern langsam, also sicher, die Gesäßbacken auf Grundeis. Sie haben ja auch keinerlei Handhabe dagegen. Ja, sie versuchen es immer wieder mit dem Arzneimittelrecht. Ja, den Witz hatten wir so oft schon. Ich frage mich, warum? Ja, die könnten uns ja mal überraschen. Vielleicht kontrollieren wir es nämlich als Kriegswaffe. Wäre genauso sinnlos, aber wenigstens mal überraschend. Es ist schon erstaunlich, inwieweit Leute, die teilweise einen Doktortitel im Namen tragen, ihre eigene Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit der Institutionen, der sie vorstehen, der Lächerlichkeit preisgeben. Indem sie ja sämtliches grundlegendes wissenschaftliches Denken einfach negieren und irgendwelche obskuren Selbstversuche, blindwütige Panikmache verbreiten, statt so zu handeln, wie man es von einem Doktor oder einer Doktorin erwartet. Ja, die präsentieren sich der Öffentlichkeit in einem Maße, das ist doch einfach nur noch peinlich. Aber scheinbar ist das in Ordnung so. Hauptsache, sie können irgendetwas gegen die E-Zigarette sagen. Und das macht mich extrem wütend. Ganz abgesehen davon, dass da in einem Maße in meine und unsere alle Freiheit eingegriffen wird, die ich einfach nicht akzeptieren kann. Ja, wir sind nicht mehr im 16. Jahrhundert, wo irgendein Landesfürst regiert hat, der das Wohl und Wehe seines Volkes zu entscheiden hatte. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Das hat eine Menge Blut und Blut gekostet, damit diese Zeiten enden. Und jetzt wird uns durch irgendwelche selbstherrlichen Kommissionen, mit denen wir gezwungen sind zu leben, bestimmt, wie wir zu leben haben. Und dann schleichen sich auch noch diese Politiker-Fratzen in irgendwelche Foren rein, tun so, als wollten sie uns zuhören, und lachen sich wahrscheinlich zu Hause am Rechner echt scheckig, wo sie das lesen. Ja, die Trottel, wenn die sich wundern, wenn wir fertig sind. Ja, und wie ich schon gesagt habe, was am Ende rauskommt, ist das hier für uns. So, und jetzt kriegt ihr alle, die ihr uns da meint, verarscht zu müssen, 600 davon zurück aus Düsseldorf und 240 aus Berlin. Kommt von Herzen. Und die größte Dreistigkeit finde ich ja noch, dass dann auch noch die Leute ankommen, die uns vorher verarscht haben und meinen, wir könnten auch einen drauflegen und erzählen uns, ihr müsst keine Angst haben, jetzt haben wir euch zwar das Liquid zum Arzneimittel erklärt, obwohl uns alle Welt schon gesagt hat, dass das nicht geht. Aber das machen wir jetzt einfach und keine Angst, wir könnten dann frei verkäufliches Arzneimittel draussen machen. Den Leuten, die das erzählen, sage ich jetzt mal ganz im Ernste, ich traue euch nicht weiter, als ich euch durch die Wand hier schmeißen könnte. Und die Kommission hat nun mal auch nichts mit der Einteilung, das, also sagen wir jetzt, in freiverkäuflich oder nicht freiverkäuflich zu tun. Also, warum versprecht ihr euch schon wieder Sachen, die ihr gar nicht einhalten könntet? Einfach, weil ihr schon einmal so schön in der Übung seid. Da fällt das Ganze richtig einfach nicht, wa? Aber auf der anderen Seite muss man euch natürlich auch dankbar sein. Ihr zeigt mal richtig den Massen an Leuten, wie geil ihr uns immer wieder verarschen könnt. Ich weiß nicht, auf der Demo abends hat mich dann wieder ein Dampfer angesprochen und hat gesagt, hör mal, seit ich dampfe, weiß ich, wie sehr mich der Staat verarscht. Vorher habe ich das gar nicht gemerkt, aber jetzt sehe ich es überall. Und ja, mir geht es genauso. Also, ich habe früher immer noch so ein bisschen an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hier geglaubt, in dem Handeln unserer Politiker. Seit ich dampfe, ist das Stück für Stück für Stück abgegraben worden. Und jetzt glaube ich den Politikern einfach gar nichts mehr. Also, wenn sie uns bei so einem eigentlich unwichtigen Kram verarschen, wo sollten sie dann die Wahrheit sagen, was zwar wirklich wichtig ist. Aber ich denke einfach, dass in diesem Fall die ganzen Politiker und Lügenmärchen zu spät gekommen sind. Und das, glaube ich, wissen sie auch. Ja, sie haben zigmal es geschafft, die rauchlose Zigarette zu verbieten. Ich verlinke euch ein Video von Megan Merlin dazu. Das zeigt die da in dem Video ganz klasse. Aber diesmal sind sie zu spät gekommen. Diesmal gab es schon eine Gruppe von Nutzern. Und diese haben sich selber schlau gemacht. Und haben selber gesehen, dass nach sämtlichem gesunden Menschenverstand die E-Zigarette einfach, das ist, was sie ist, eine Alternative zur Tabakzigarette, wo noch keinerlei Gesundheitsgefahren, trotz aller Untersuchungen, wissenschaftlicher Untersuchungen, so weder für den Nutzer noch für die Umwelt erkennbar sind. Und nichts anderes ist die E-Zigarette ein Genussmittel. Und das hat sie auch gefälligst zu bleiben. Und wenn sich irgendjemand in dieser Envy selbst verwirklichen will, durch Eingriffe in unsere Freiheit, dann sage ich, such dir was anderes. Ja, geh stricken oder paddel durch den Ärmelkanal, keine Ahnung, irgendwas. Nur vergreif dich nicht an unserem Recht an körperlicher Selbstbestimmung. Denn dieses Recht haben wir und das bleibt unser Recht. Und dafür werden wir kämpfen. Jeden Tag. Mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und bis zum letzten Milliliter. In diesem Sinne, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohl der Mut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, wir schütteln und ein Gas gewinnt, doch weiter nichts trotz alledem.